recht herzlich willkommen zur 23 folge von aborion wie ihr seht sind da so ein paar gegner da musste ich jetzt fliehen und konnte nicht weiter arbeiten die sind allerdings hier mit dem beschäftigt wird das schiff glaube ich weiß jetzt nicht ob die unbedingt auf mich zukommen die kommen auch nicht zu also mal schauen ob wir daran was ausrichten können oder nicht 10 12 11 der hat da ist der der nächste dann wollen wir doch mal gucken dass wir den anvisieren so oder treffen wir jetzt schon der trifft uns zwar aber ich glaube wir sind dann erstmal besser drunter so vier kilometer zurück und treffer gibt es immer noch ok weiß nicht wie nah die oberen beiden da sind aber irgendwie müssen wir halt gucken dass wir uns einen immer vornehmen treffen ist pflicht ist klar die anderen beiden sind jetzt irgendwie näher gekommen oder ja der ist ziemlich nah dann machen wir den erst ok uns treppen jetzt so gut wie alle ist nur aufpassen dass wir da den richtigen auch kriegen der näher ich glaube die ziehen sich zurück oder sehe ich das na der ist der nächste den treppe ich auch von hier ok passt komm ruhig näher und die anderen ziehen sich da ich glaube da unten kommt jetzt oder noch einer mehr aber es bringt nichts von einem zum anderen zu hoppen ich denke mal wir gehen mal seitwärts weg aber natürlich nicht gemacht haben da rein gescrollt und unser schiff mal sehen und dann nämlich irgendwelche steuerdüsen kaputt sind dann haben wir nichts gewonnen das hat man ja schon aber den haben wir jetzt gleich und dann müssen wir auch gucken dass wir ein bisschen mehr weg kommen so komm ich glaube der zieht sich zurück kann das sein da ist er weg ich denke mal den nehmen wir als nächstes hier der ist schon angeschlagen gut der ist weg oder was komm wieder hin ja wir treffen wieder und so war ganz gut glaube und da unten schießt jetzt zwar aber das soll erstmal egal sein und gucken dass wir den da erwischen der ist nämlich schon auf keine ahnung 25 prozent runter oder sowas der wird es gleich nicht mehr lange machen so komm du bist gleich kaputt und unten werden wir auch beschossen aber ich treffe den jetzt gerade schlecht oder wie sehe ich das jetzt da ist er weg oh da ist ja einer ganz nah dann nehmen wir den natürlich aber der ist auch schon angeschlagen schon mal erwischt oh ja was haben sie gerade bei mir kaputt gemacht der ist hin viele sind es glaube ich nicht mehr, zwei oder so 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 das geht schon mal ja den kriegen wir auch auf jeden fall jetzt gleich der ist weg da sind noch zwei 26 und 7,5 ja vielleicht sollten wir erst die teile aufsammeln hier wenigstens die zusatzmodule hier ist eine waffe glaube oder da ist ein seltenes metall oder so element dark orchid so dann da noch aber der da möchte gerne noch was von uns wissen glauben ja der ist auch schon angeschlagen ja der saugt der weg da ist er schon weg hier die zwei teile auf jeden fall einsimmeln eine waffe und ja ein modul für waffen ist das gewesen dann so gucken ist noch irgendwo was zu sehen zum einsammeln ja gehen wir den an ja was ist denn das für eine im kaufmann aber kann ich jetzt auch nicht erinnern der ist dran Piraten sind heute Piraten im falschen Sektor zur falschen Zeit oder wie soll man das nennen das er war aber das ist Oh, weg ist er. Noch abgehauen. Okay, dann halt nicht. Kann man das aufsammeln. Anklicken kann ich es nicht. Eigentlich ist es Fracht. Aber ich krieg es sowieso nicht. So, wir haben ja vielleicht die falsche Waffe, um es zu kriegen. Das könnte auch noch sein. Ich kann es aber auch nicht auswählen. Fliegen wir ein Stück zurück und dann krieg ich es auch nicht. Gut. Dann ist das geklärt. Jetzt wissen wir noch, da ist ein Wrack. Jo, dann fliegen wir da mal hin. Oh, da oben ist noch ein Wrack mit dem ganzen Bauteil. Aber wir sollten gerade mal reparieren. So, jetzt ist es wieder gut. Da flog noch was rum, oder? Da unten ist es. So, einmal aufsammeln bitte. So, sind wir vorbeigeflogen. Wo ist es? Da ist auch ein Brack. Wo ist denn das Teil? Habe ich es aufgesammelt, ohne dass es angezeigt wurde? Könnte natürlich auch sein, ne? Na ja. Wo sind sie jetzt? Das ist da. Okay. Da sind wir zu weit weg für den. Sammeln wir ein, oder? Was wird so? Sammeln wir, oder sammeln wir nicht? Das ist die Frage, ne? Was? Es wird eigentlich nichts angezeigt, dass wir es einstecken. So, jetzt sammelt er. Okay. Okay, das haben wir gleich alles abgebaut. Hm. Okay, wir nehmen alles mit, weil da noch Titan drin ist. Jetzt... Gestaltet sich aber schwierig, das abbauen, ne? Hm. Kriegen wir das alles? Wo ist der grüne Kreis? Da. Ja, den haben wir doch tatsächlich komplett abgebaut, ne? So. So, da oben flockert noch was. Weil da nur noch Antenne ist, oder sowas, ne? Gut. Da ist noch was. Da war was. Piraten greifen den Sektor an. Alles klar. Ich krieg's nicht. Oder ich krieg's doch. Aber... Gestaltet sich schwierig, das alles zu erwischen. So. So, okay. Haben wir hier noch einen Brack. Da sind die Piraten. Räuber. 18, 19 und... 20. 18 ist der nächste. Ja, aber ich würd sagen, die drei, die machen wir dann in der nächsten Folge. Gucken wir zu, dass wir das dann irgendwie hinkriegen. Diesen hier, der da irgendwo noch ist, ist da. Jetzt hab ich's auch noch das erwischt. Ja, dann warten wir ab, bis die dann näher sind, sozusagen. Und dann schauen wir zu, dass wir uns da gütlich dran tun, ne? Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Bracks hier, die wir auch noch ausbeuten müssen. Keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Okay, dann sag ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würd mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. ZEAS 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 Vielen Dank.